Der Mond ist aufgegangen, ähm... Die goldenen... Die goldenen Sternlein prangen und, äh... Am Himmel hell und klar. Am Himmel hell und klar und die, äh, äh, Ziegen? Ruhe! Setz dich wieder hin, Peter. Das nächste Mal bist du hoffentlich besser vorbereitet. Also gut, geh mir zum Rechnen über. Wer hat dieses Papier geworfen? Peter war's! Ich hab's gesehen! Was? Das stimmt doch gar nicht! Setz dich hin, Peter. Karl, klugen Menschen muss man nicht alles zweimal sagen. Und hör jetzt endlich auf, den Klassenclown zu spielen. Wir sind hier nämlich nicht im Zirkus. Und damit du dir das auch merkst, schreibst du's am besten gleich auf. Und zwar 50 Mal. Aber Herr Lehrer, das ist ungerecht. Peter war's! Sieh an! Du möchtest also auch ein paar Zeilen zu Papier bringen, Teresa. Nein, bitte nicht, Herr Lehrer. Glaubst du, dass es richtig ist, Peter die Schuld zuzuschieben? Nimm den Stift, ich diktiere. Aber... Wer Gutes haben will, muss auch Gutes tun. Ich allein bin für mein Leben verantwortlich. Ja! Papier! Ja! Peter! Heidi! Da staunst du, was? Dann habt ihr euch also den Weg freischaufeln können. Mhm. Ich verstehe einfach nicht, wieso die beiden so gemein sind. Ja, aber sie haben bekommen, was sie verdienen. Das hast du dem Lehrer zu verdanken. Ich hab es gesehen. Er ist viel netter, als du gesagt hast. Na, wenn schon. Auch wenn er gerecht ist. Die Schule gefällt mir trotzdem nicht besonders. Willst du mit mir Schlitten fahren? Hm? Alles ist so weiß und klar und friedlich. Jetzt gibt's was! Hey! Was soll das? Vielleicht magst du das ja lieber als Papierbälle. Warum tut ihr das nur? Los, komm, Heidi! Es gibt nur einen Ort, zu dem dieser Hügel führt. Dort kriegen wir sie.